Hallo, da sind wir mal wieder hier aus Straßburg von der Plenarsitzung des Europäischen Parlaments. Ska Keller und Jan-Philipp Albrecht, wir berichten. Und ja, Ska, diese Woche haben wir als erstes am Montag angefangen, so ein bisschen zu debattieren und dann am Dienstag darüber abzustimmen, über die internal security strategy. Sicherheitsstrategie und das klingt natürlich total gemein so, was kann da schon drin sein, nichts Gutes, denkt man sich, aber man höre und staune, wir haben echt geschafft, da was reinzukriegen, also was richtig Gutes auch. Also es ist noch nicht die Weltrevolution, aber zum Beispiel im Bereich Grenzpolitik und Grenzschutz haben wir es halt geschafft reinzubekommen, dass da halt nicht nur steht, irgendwie Grenzen hoch, Zäune hoch, Mauern dicht, sondern halt steht, wir wollen quasi mehr Mobilität, wir wollen auch eine aktive Flüchtlingspolitik und so Sachen. Also es sind wirklich gute Sachen reingekommen. Wie gesagt, es ist noch kein grünes Papier an sich, aber es ist echt viel besser geworden als alles, was das Parlament bisher zum Beispiel zu Grenzpolitik gesagt hat. Ja und dann geht es ja auch noch um rechtsstaatliche Verfahren in dieser internen Sicherheitsstrategie. Dazu haben wir ja auch irgendwas gemacht, da hast du ja irgendwie was erlaubt. Ja, das war ja recht, ich meine, Polizei, Justiz, Kooperation spielt halt da auch eine Rolle und wir haben jetzt einen Eigeninitiativbericht des Europäischen Parlaments, wo wir sagen, wie eigentlich für uns die Harmonisierung des Strafrechts vonstatten gehen soll in Europa, was ja schon ein paar Jahre läuft, aber lange eben ohne das Europäische Parlament gelaufen ist und jetzt sagen wir halt, naja, also nur kooperieren und nur materiell die Strafrechtshöhen zum Beispiel, die Strafen anzuheben und zu harmonisieren, das geht nicht, sondern wir wollen Mindeststandards, wir wollen rechtsstaatliche Verfahren. Wir wollen, dass die Menschenrechte geachtet werden, die Bürgerrechte geachtet werden, auch beim Strafrecht und im Strafverfahren und daran arbeiten wir jetzt. Wir haben aufgerufen, die Kommissarin Meimström nicht nur im Innenbereich daran zu arbeiten, die Strafe zu verschärfen, sondern auch gemeinsam mit der Justizkommissarin an gemeinsamen Standards zu arbeiten und ich hoffe, das wird jetzt auch langsam mal der Fall sein. Ja, Stichwort Menschenrechte und Grundrechte, haben wir ja noch ein anderes großes Thema am Werk, ACTA. Oh ja. Spielt auch noch eine Rolle, ne? Absolut, das ist gerade völlig am Kochen. Also jetzt kommen wir in die entscheidende Phase. Nächste Woche stimmt der Innenausschuss ab, übernächste Woche der Entwicklungsausschuss und so geht das weiter und im Juli stimmen wir dann vermutlich, also so wie es jetzt gerade aussieht, das Ganze im Plenum ab. Also wenn ihr noch was machen wollt, jetzt ist der Moment, eure Abgeordneten zu überzeugen, dass sie Nein, also gegen ACTA stimmen in ihrem Ausschuss und dann im Plenum. Also wirklich jetzt ist die heiße Phase, jetzt geht es an die Kampagne, damit wir das Ding zu Fall bekommen. Und am 9. Juni Demonstrationen überall, werden wir wahrscheinlich auch überall alle mit dabei sein und versuchen wir nochmal ein paar Leute zu überzeugen. Ja. Und wir haben ja noch was anderes geschafft diese Woche, war gar nicht so schlimm, ne? Nämlich? Ja, wir haben die Finanztransaktionssteuer nochmal beschlossen. Jetzt ist ja, ab heute findet hier, nicht hier, aber in Brüssel der Gipfel, EU-Gipfel wieder statt. Und da ist es eigentlich ganz gut, dass das Europäische Parlament nochmal ein klares Signal gesendet hat, dass wir die Finanztransaktionssteuer wollen. Mit einer großen Mehrheit, nur die Liberalen, relativ isoliert, waren natürlich wieder dagegen, weil die ja auch die ganze Zeit mit so populistischen Aussagen daherkommen, wie dann verlagern sich alle Finanztransaktionen irgendwo sonst wo in der Welt hin. Was natürlich Quatsch ist, weil es wird eben überall da besteuert, wo die Leute einen Sitz in Europa haben. Und das sind ja immer noch ziemlich viele Unternehmen und 500 Millionen Menschen. Das heißt, eine solche Steuer, die könnte bis zu 50, fast 60 Milliarden Euro einbringen. Ich finde, das ist absolut gerechtfertigt, wenn wir sagen, wir wollen auch in der Eurozone die Krise dadurch eben entschärfen, dass der Finanzmarkt einen Teil dazu beiträgt, wieder Geld in die Kassen zu bekommen. Ja, ist ja auch für die Entwicklungspolitik ein sehr wichtiges Ding, wenn dann mehr Geld reinkommt, das dann auch für den globalen Süden ausgegeben werden kann. Absolut. Und dann 0,7 Prozent. Absolut. So ist es. Okay, bis dahin bleibt natürlich wie immer noch viel zu tun und wir sehen uns dann aber wieder im Juni. Bis dann. Bis dann. Tschüss.